So, da sind wir wieder her. War das heute eine anstrengende Action hier gewesen? Was ich sagen möchte, gleich vorneweg gesehen ist dieses Video jetzt, gleich am Anfang des Videos. Na klar ist es am Anfang des Videos, ich wollte euch sagen, dass dieser Vlog ein Vlog ist, so wie er eigentlich nicht enden sollte. Ne, weil ich hab ganz vergessen, euch mitzunehmen beim Vlog. Also, wir hatten ja zuerst das Shooting heute gemacht. Super, habt ihr auch mal Bilder gesehen, also zumindest für Landschaftsbilder, aber vom Shooting habt ihr nichts gesehen. Passiert, aber naja, ist so. So, dann wollte ich gerne, wo wir essen wollen, wir wollen ja Sushi essen, lecker Sushi. Wollte ich auch gerne euch was filmen. Was hat der Vasti fantastisch vergessen? Natürlich die Kamera mitzunehmen. Na klar, hat ich vergessen, ich war beglobter oder was? Aber naja, deswegen ist es ein Vlog, super schöne Bilder, ein bisschen Landschaft, ein bisschen mein Kumpel, mein Model und ja, das seht ihr auf jeden Fall in dem Video. Aber ich rede viel zu lange, schaut einfach selber, am Ende ist es dann einfach weg. Aber ja, aber der nächste Vlog wird auf jeden Fall besser und trotzdem würde ich mich freuen, wenn ihr einen großen fetten Daumen auf das Video hier gebt. Bis dahin und viel Spaß beim Video. Sagt der Basti fantastisch, ja, 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 da wäre ich bekloppt oder was, 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 was. So, da sind wir wieder und jetzt fangen wir mal an, wir sind jetzt einfach unterwegs, jetzt hab ich, hab ich mein bester Kumpel abgeholt, hallo, hallo. Heyho. Heyho, wir fahren jetzt Richtung Gresten, oder in die City, in die Stadt, bämsen wir und tun dort, äh, Fotos machen. Wir gehen Fotos machen. Ein paar schöne Bilder von Ihnen, er braucht wieder ein paar neue für seine Z-Card. Und, ähm, da nehmen wir euch mal mit, da seid ihr mal mit dabei, Niklas, denn der Basti fantastisch macht ja auch Fotos, Niklas macht Fotos. Und, ähm, nähere Informationen gibt es dann demnächst, am Ende des Videos. Und danach, denke ich mal, geben wir noch mal schönes Leckeres. Snacken. Snacken. Was wird es sein? Sushi und Wein. Also, nur Sushi, also ich bin, äh, ich bin der Basti fantastisch, die trinkt ja keinen Wein und er auch nicht. Ich muss fahren. Er muss fahren und braucht es für seine Fitness. Also, seid dabei, wir fahren jetzt, äh, voll das machen. Im großen Garten erst mal so im Kopf, oder? Ja, absolut. Okay, absolut. Ach, der wird schon noch wegkloppt, oder was? Und, äh, voll das machen. Ich hab das, was ich auchegen. Ja, absolut. Jetzt starting mal. Deinemisch. Ja. Woll. Du bist der, was. Ich hab das. Ja, ich hab das. Du bist. Du bist der, was du, wust. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und ja, ich rede einfach zu viel. Schaut einfach selber mit vorbei. Ja, ich rede einfach. Bis zum nächsten Mal. So, jetzt sind wir fertig mit den Fotos machen. Jetzt haben wir gerade Bilder gemacht. Jetzt habe ich ganz vergessen, die Kamera anzuwerfen. Aber ihr wisst ja, Bastifantastie ist ein bisschen vergesslich. Und da kann das schon mal vorkommen. So, ihr habt noch mal das blaue Wunder zu Dresden. Wunderschön, wunderschön, wunderschön. So, und jetzt denke ich mal, haben wir Appetit, oder? Ja, aber was? Aber was für ein Appetit. Und wir gehen jetzt erst mal Sushi fördern. Und die Bilder seht ihr auf meinem Kanal.